Herzlich Willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Männer Lords. So, wir haben ja gestern alles, oder letztes Mal, alles dazu gemacht, dass die Häuser hier auf eine Stufe höher kommen. So. Was haben wir hier? Die müssen noch. So. Stufe höher. Nein, nicht das. Das ist Stufe 2 schon, aber denen füllt die Taverne unter Bekleidung. Aber wie machen wir das? So, Bekleidung. Die kriegen da gar nicht viel. Der kriegt Bekleidung ab da. Ich weiß gar nicht, warum. So. Nahrung haben fast alle. Bekleidung haben die auch. Aber. Warum haben die Lebensmittelstand. Mindestens zwei Arten von Nahrung. Marktplatz verfügbar. Ist der Marktplatz zu weit weg? Das kann nicht sein, weil wenn ich jetzt hier gucke, die haben Bekleidung, Brennstoff. Nahrung und Nahrung haben sie alle, ne? Ja, die nicht. Vielleicht müsste man nochmal einen zweiten Marktstand mit eröffnen. Dass das dann der Marktstand ein bisschen mehr mittig ist. Aber sie kommen ja von allen Ecken auch zu dem Marktstand hin. Färberei. Färberei. So. Ich habe das ja schon mal angespielt hier. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe, dass ich so schnell da hochgegangen bin. Macht der gar nichts hier? Kann man so schlecht sehen. Brennstoff vorhanden. Doch, der ist aber am Arbeiten. Jawohl. Macht er. So. Dorfschmiede. Der macht noch nicht viel. So. Aber. Was hat er? Allgemeines Lager ist voll. So. Segel. Ja. Das passt schon. So. Wir haben Juni. Dann müsst ihr bald wieder die Ernte kommen. Vier nur. Sechsenfünfzig. Drei. Eins. Sechs. Die Erste 36. Acht. Na ja. So viel ist es jetzt nicht. Aber man freut sich halt. So hat er denn noch was? Der hat nichts mehr. So. Es reicht immer noch für 15 Monate das Essen. Ich weiß nicht wie ich das Kriegsausrüstung. Okay. Das funktioniert noch nicht die Anzeige. Da bräuchte ich zwei von da zwei. Da zwei. Da zwei. Du bist ja jetzt schon. Du hast ja die Sachen drin. So. Das ist das glaube ich. Mäntel hier. Er ermöglicht die Produktion von Kleidung, Mänteln und dem anderen. Der macht heute. 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 Eier. Komm, wir machen den auch noch weg. Der kann das noch gar nicht, ne? Ne. Dann kann er seine Dings auch behalten. Das ist die Taverne. Der kann das auch noch nicht. So. Wo haben wir denn? Hier haben wir noch. Der kann das auch. So. Was macht der? Äh. Kriegsbögen. Schusterwerkstatt. Macht Stiefel. Cool. So. Du. Ne. Du. Du bist das Dings. Ich will dich ja nicht erhöhen. So. Stufe 2. Oh. Du machst noch gar nichts. Das ist gut. So. Wie gesagt. Mäntel. Der macht Schuhe. Der macht Holzteile für Schilder. Der will erst noch in die Stufe 2. Der kann das auch alles noch nicht. Das muss ich nur mal aufpassen. Wer jetzt was macht hier. So. Und irgendwo ist ein Schneider dabei. Was macht der? Der will auch Stufe 2 hoch. Der auch. Also ich muss nur mal. Was? Das ist die Tischlerei. Okay. So. Schweinerei. Mäntel. Mäntel. Stiefel. Was macht der? Entwicklung fehlt. Okay. Der macht Bogen. So. Jetzt sind natürlich die Leute, die jetzt da für uns das da produzieren. Die sind natürlich jetzt außen vor. Die kann ich nicht mehr für was anderes an wählen. Ja, da ist sowieso nur einer drin, aber das macht nichts. So. Jetzt müssen wir unbedingt gucken, dass wir noch ein bisschen was an Sachen haben. können wir jetzt 14 Monate haben wir noch essen. könnten wir jetzt vielleicht noch ein paar Häuser bauen. Das ist nur eins, aber ist egal. Passt schon. Dann könnten wir ja hier noch welche hinbauen. Aber ich würde sagen, vielleicht machen wir hier auch noch einen Dorfplatz hin. Was? Keine Baukosten. Ne, weiß ich. So, vielleicht sollten wir hier noch einen Marktplatz hinmachen. Hier vielleicht eine Straße durch. Ne. Und dann hier vielleicht noch mal ein paar Häuser. Okay, werden nur zwei, aber es macht nichts. So. So, steigt langsam. Jetzt muss ich nur mal gucken, der Bedarf an Kleidung ist immer noch nicht so hoch. Aber ich brauchte, wie gesagt, drei Dreier. Was ist das? Das ist ein Einser, der hat noch die Bekleidung. Du bist schon ein Zweier. Ja, du kannst zur Stufe drei. Aber dir fehlt noch die Taverne und Dings. Bogen. Schuster. Schneiderei. Im Bau. Schneiderei. Gut. Müssen wir jetzt mal ein Momentchen warten. Aber wie gesagt, das hier gefällt mir nicht. Müssen wir im nächsten Jahr Gerste. Und dann wieder Weizen. das Feld Gerste. Gerste. Ja, das Problem ist nur, dass das nicht viel was bringt. Ne. So. Gerste. Weizen ist da 0%. Da ist Weizen 37%. Das lassen wir so. Da ist 27%. Da ist Gerste drauf. Da kommt dann das da. Und hier ist auch Weizen drauf. Also erstmal so rumlassen. Gucken, was hier die Tiere machen. Oh, es hat schon mächtig abgenommen. Noch acht Stück. Nehmen wir mal hier die guten raus. So. Sind die am aufforsten hier? Ja, ne? Gut. Die forsten auf. Einen Brennstoff hat er. So haben wir denn in der Vorratskammer Heute haben wir aber keinen Stall, ne? Böden haben wir. Hier, guck mal. Ja, da müssen wir aber Schwerter haben, ne? Nehmen wir eine raus. Dorfschmiede. Ich weiß gar nicht, ob der hier überhaupt viel was macht. Erweitert. Ja, der macht ja. Dorfschmiede. Brennholz. Brennholz ist immer noch sehr hoch, haben wir genug. So, wir brauchen jetzt einfach nur mal ein paar Häuser Stufe 2. Jetzt haben sie genug Bekleidung. Aber der Schnaps fehlt. Was haben wir denn an Kohle? 500. Sollen wir mal ein bisschen Schnaps einkaufen? Handel. Bier. Bier, 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 Bier ist das. So, Bier. haben wir da nicht. Ist das hier irgendwie? Nein, Honig. So, hier. Gerste. Auch nicht. Da auch nicht. Gibt's doch nicht. Ich müsste doch Gerste kaufen können. So, und? Das ist das. Nee, Alkohol kann ich nicht kaufen. Ah, ah. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da ist schon wieder genug Zeit um. So, die haben keinen Stoff. Gerade hatten sie genug Stoff. Nee, das sind ja die Falschen. Ich muss ja die Dreier haben, hier. So, der hat Bekleidung. Aber kein Schnaps. Oder Bier. Gerberei. Melzerei. Hat der denn kein... Nee, der hat leider keine Gerste. So, wir haben schon wieder August. Brauerei. Sie haben Bekleidung, aber denen fehlt der Rest. Na ja, da müssen wir gleich mal gucken. Dann müsste das ja gleich klappen nach der Ernte. So. Oder die kaufen das jetzt hier. Handel. Handel. Gerste. Import. Nehmen wir mal 10. Das wir erst mal ein bisschen was haben. So. Neue Selt. Naja, nützt mir nix. Ich brauch Bier. Oh, ich hab Gerste. Oh, ich hab Gerste. Hoffentlich ist die Melzerei jetzt zugange. Ne, Färberei. Melzerei. Du komm, mach, mach, mach mal Bier. Was ist das? Das müssten wir dann auch mal gucken. Das kann ich noch nicht. Das macht er. 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 Okay. Der will aber Stufe 2 erst mal haben. So. Ne, haben wir nicht über den Mann? Ne. Achso, das ist der Werne. Ich wollte die Melzerei haben, aber da sind schon 2 drin. Gut. Oh oh. Jetzt müssen wir natürlich mal gucken hier. Wo können wir denn Leute abziehen. Den Pfarrer nehmen wir auch nochmal. So. Hoppla. So. Melzerei. Malz. Da müssen die anderen nur noch Bier rausbrauen. So, da ist Bier. Jetzt können wir den erweitern. Und den. Dann müssten wir ja gleich Stufe 3 oder höher. Drei der Stufe 3 haben. So, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich den Handel mit Gerste aufhöre. Sonst geht uns die ganze Kohle verloren. So. Jetzt bin ich auch mal gespannt, was passiert. Was haben wir hier? Entfernen Sie mindestens eine zugewiesene Familie von Ihrem Arbeitsblatt, damit die Bauarbeiten übernommen werden. Achso, ja. Stimmt, ja. So, was haben wir unten? Sechs Bauholz haben wir nicht viel. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, was passiert. So, ich würde sagen, 13 Monate essen haben wir. haben wir da auch noch eine Familie. Hier. Hier könnten wir auch noch Häuser hinsetzen. So, müssen wir mal gucken. Eine weitere Familie-Mitglied schließt sich eine Niederlassung an. So. Wir brauchen Holz, Brette und Dings. Das kriegen wir hin. Da ist eh nur einer da. Und da brauche ich auch nur einer da sein. Dann gehe ich jetzt nämlich hier hin. Und sage unserem Holzfäller. Sollen wir ein bisschen Hinde machen. Und der. Den gebe ich nachher einen dazu. So. Schmiede. So. Mal gucken, wie weit die hier sind. Oh, das ist eine Brauerei. Fast fertig. Und wir sind auch fast fertig. Ah, das wollte ich jetzt gar nicht schließen. So eine Familie haben wir schon. Ich bin ein Dreier. Im Bau. Ah, das ist das ganze Haus da. Was bist du denn für einer? Bist du schon Stufe 3? Eine Familie ist eingezogen. Brauerei. Okay. Oh, da ist er eingezogen. Hast du gesehen? Ein Pluszeichen. Das muss ich noch ein bisschen mehr. Hier bauen sie jetzt fertig. Hoffe ich mal. Na? Fertig. Jetzt haben wir schon zwei. So. So. Da war ein kleiner Stolperer drin. So. Jetzt haben wir zwei Familien. Oder zwei Häuser Stufe 3. Müssen wir nur noch auf das hier warten. Und dann gucken, was uns das noch bringt. So. Mal gucken hier. 1600 ist das ja erstmal. Ich weiß ja nicht, was ich mit dem Honig alles machen kann. Ich weiß nicht, wie kann ich denn aus dem Honig auch Schnaps machen? Oder sowas? Na ja, schauen wir mal. So. Könnte auch erhöht werden. Das auch. Das ist hier die ganze Straße. Nee, der nicht. Aber erstmal warten, dass der da fertig wird. So. Komm, baut mal ein bisschen schneller. Ich spule mal ein bisschen vor. eigentlich müsste ja jetzt was passieren. Das wir eine neue Entwicklungsstufe kriegen. So. Na, wie viel fehlt noch? Oh, ein ganz kleiner Takt da oben. Das Dach ist da. Oh, für 13 Monate am Montag zu essen. Wir haben auch schon wieder Oktober. Ne, hier hole ich jetzt nicht hin. Hier, das ist auch schon wieder alle. So, die können auch wieder zur Arbeit kommen. So, im Winter machen wir alles andere, aber nicht das. Oh, da ist es ja. Ist es schon fertig? Nee, noch nicht ganz. Schade. So. Siedlung erhöht. Jetzt können wir uns hier was aussuchen. Ich würde das hier nehmen. Was kann ich denn hier? Kann ich da irgendwas? Entwicklungspunkt 1. Das hier. So. Auf der Weide grasende Schafe vermehren sich mit der Zeit langsam. Äpfel produziert Äpfel. Die Äpfelernte dauert drei Jahre. Fallen Frucht neues Gebäude Bienenhaus Arbeiter sammeln Bienenregionen ja, zwei Bienenhäuser. Ich würde aber gerne dies hier nehmen. Neue Entwicklung, Ausbau der Schachtmine. So. 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 Mal gucken. Gibt es was Neues? So. Wo war das denn? Hier? Brennofen? Ne, das kann es ja nicht sein. Warte mal, wo ist das denn? Hier? Ne, hier, ne? Was ist das? Lagerhaus? Ja. Packstation. Wo haben wir es denn jetzt? Ich muss das doch haben bei Ne, das war doch hier, wo wurde das kleines Dorf. Okay. So, wo haben wir denn jetzt? Nein, da ist es nicht. Hier. Schmelzerei. Baukosten. Er fordert, um Eisen aus dem Eisenvorkommen zu fördern. So. Macht ihr denn jetzt hier so ein Schacht daraus? Ja, guck, das kann man jetzt aufhorsten hier. Aufarbeiten. Höchststufe. Und dann kann man das mit Schacht machen. Was ist das? Brennofen. So. Brennt ja aus dem Lehm das. Hier kann auch noch einer dazu. Hier auch noch. So, dann haben wir noch zwei, die da arbeiten. Und wir hätten für ein Jahr was zu essen. Zehn Bretter müsste er bringen. So, das haben wir dann. Kommen sie jetzt mit Brettern? Oder gehen die da in den Brennofen? Nee, ich glaube, die kommen mit Brettern. So, gucken wir mal hier. Guck mal. Jetzt müsste da bestimmt gleich ein Schacht entstehen. Na, hoffentlich kriegen wir das noch in unserer Folge rein. Oh, wir sind ja schon über eine halbe Stunde. Dann kommt jetzt auf die fünf Minuten noch nicht mehr an. Komm, ich mach mal ein bisschen ganz schnell. So. So. Na, ihr müsst aber auch ein bisschen schneller kommen, Leute. Ich muss gleich Feier machen. Die holen aber Leben. Die holen keine Bretter. Jetzt brauchen wir schon zehn von dem Ding. Ah, guck mal. Jetzt geht's weiter. Da, da ist eine Grube. Schön. Schön, dass wir das gesehen haben. So. Mit diesen Bildern möchte ich mich dann verabschieden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. So wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns in einer der nächsten oder sogar in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Macht's gut. Bleibt gesund. Euer Donnie.